Es gibt auf dieser Welt ca. 6500 Sprachen und ich beherrsche zweieinhalb. Deutsch, Englisch und ein bisschen Französisch. Doch jedes Mal, wenn ich im Ausland bin, denke ich mir, wie cool es wäre, wenn ich auf einmal anfangen würde, in der Sprache, die dort gesprochen wird, zu sprechen. Und dann fragte ich mich eines Tages Folgendes. Ich hatte in der Schule jahrelang Französischunterricht und als ich dann in Paris war, konnte ich mich einigermaßen eigentlich ziemlich gut verständigen. Doch was ist, wenn es nicht in ein paar Jahren ginge, sondern auch schneller, viel schneller? Ist es möglich, die Grundlagen einer Sprache innerhalb einer Woche so gut zu lernen, dass man sich in einem fremden Land ohne Probleme verständigen kann? Keine Ahnung, aber das finden wir am Ende von diesem Video raus. Und das hier ist der Plan. Ich werde fünf Sprachen auswählen, die mich interessieren und die ich gerne lernen würde. Danach wird mein wunderbarer Hund entscheiden, welche von diesen fünf Sprachen ich mir in den nächsten Tagen aneigne. Danach werde ich versuchen, diese Sprache in sieben Tagen zu lernen. Dann werde ich in das Land fahren, wo diese Sprache gesprochen wird und dort werde ich versuchen zu überleben und möglichst nicht wie ein Tourist zu wirken. Ist das Ganze eine absolut überzogene Fantasievorstellung oder habe ich, wenn ich mich wirklich reinhänge, ernsthaft eine Chance? Doch bevor wir loslegen, müssen wir wie gesagt erstmal die Sprache auswählen. Ich habe also die fünf Sprachen auf einen Zettel geschrieben und habe die Entscheidung einem höheren Wesen überlassen. Und zwar meinem Hund Diana. Sie hat sich dann ziemlich schnell für die Mitte entschieden und das war italienisch. Das Ganze hat mich wahnsinnig gefreut, da ich ewig nicht mehr in Italien war und ich bei dieser Sprache die Hände nur so halten muss, um wie ein echter Italiener rüberzukommen. So wird mich niemand in diesem Land für den Touristen halten. Kleiner Spaß. Am ersten Tag passierte folgendes. Das hier markiert den Beginn meiner Italienisch-Lernreise. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich das überhaupt angehe, aber ich werde einfach mal im Internet danach suchen und mir ein paar italienische Wörter raussuchen und einfach mal drauf loslegen ohne viel Vorbereitung. Doch der Start von diesem Projekt sollte nicht so smooth laufen, wie ich es mir erhoffte. Ich hatte den Plan, das Ganze, genauso wie alle anderen Dinge, die ich heute kann, mit Hilfe des Internets und vor allem YouTube-Tutorials zu lernen. Aber irgendwie wusste ich nicht so richtig, wo ich anfangen soll oder was ich generell als erstes tun soll. Doch nach kurzer Recherche fand ich eine Lösung für genau dieses Problem und diese heißt Busuu und die waren außerdem so nett, dieses Video hier zu sponsern. Mit Busuu könnt ihr Sprachen wie Spanisch, Italienisch, Japanisch und viele mehr spielend leicht lernen. Das Ganze ist extrem übersichtlich aufgebaut und begleitet einen wirklich wahnsinnig gut durch den sonst oft überwältigenden Prozess eine neue Sprache zu lernen. Mit Busuu wusste ich auch endlich, wo ich anfangen soll und es hat mir das Italienisch lernen wirklich leicht gemacht. Es fühlte sich auch zeitweise wirklich an wie ein Videospiel, was mir persönlich extrem Spaß gemacht hat. Was mir auch verdammt gut gefallen hat, ist, dass die Sprache in verschiedene Teile heruntergebrochen wird. Somit konnte ich immer genau sehen, was ich schon kann und was eben nicht und mein Fortschritt und mein derzeitiger Wissenstand war wirklich jederzeit klar ersichtbar. Das hier ist die Liste mit den wichtigsten Vokabeln. Es ist unglaublich praktisch, die immer dabei zu haben. Ich hatte ein Problem zu sagen, dass ich aus Österreich bin, aber Gott sei Dank hat jetzt ein echter Italiener meine Übung korrigiert. Io sono austriaco di Vienna. Io sono austriaco di Vienna heißt nämlich, ich bin aus Österreich, genau aus Wien. Ähm, das war mein... Io sono austriaco di Vienna. Wie man hören konnte, war ich da ein bisschen unsicher, aber jetzt weiß ich Bescheid. In der Beschreibung von diesem Video gibt es einen exklusiven Link nur für euch. Damit könnt ihr euch dort registrieren und sieben Tage lang kostenlos die Premium-Version testen. Für mich persönlich ist es wirklich der beste, einfachste und der Weg, der am meisten Spaß macht. Und ich denke, für viele von euch ist es das auch. Ich hatte also ein Lernsystem, welches mich einfach an der Hand nahm und durch diesen ganzen Prozess durchgeleitet hat. Und alles, was ich noch tun musste, war jede Menge zu lernen und mich mit der italienischen Kultur vertraut zu machen. Ich lernte jeden Tag zwischen ein und zwei Stunden. Meistens versuchte ich entweder direkt nach dem Aufstehen oder direkt vor dem Schlafengehen zu lernen. Da ich mal gehört habe, dass man frühmorgens am aufnahmefähigsten ist und dass sich das Gelernte während des Schlafens festigt, wenn man es kurz vorm Schlafen nochmal durchgeht. Das Ganze habe ich in der Schule auch immer gemacht und das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und auch dieses Mal funktionierte es ziemlich gut. Ich habe auch angefangen, mit meiner Freundin italienisch zu reden. Auch wenn sie nicht wirklich was verstand und ich mich eher ziemlich amateurhaft anhörte, war es trotzdem lustig und ich habe so einfach die Übung reinbekommen. Ich hatte noch versucht, Serien und Filme auf italienisch zu schauen. Leider habe ich es aber so geisteskrank nichts verstanden, dass ich das ziemlich schnell wieder gelassen habe, da es absolut nicht effektiv war. Doch ich machte gute Fortschritte. Ich hielt mein Lernpensum jeden Tag ein und habe auch versucht, möglichst viel zu sprechen, um meine Aussprache ein bisschen besser zu machen oder mich wenigstens daran zu gewöhnen. Ich weiß auch nicht warum. In der Schule habe ich das wirklich, wirklich nicht gerne gemacht. Aber dieses Mal war es irgendwie anders. Wahrscheinlich, weil ich nicht dazu gezwungen wurde oder so. Dann bin ich noch auf eine wahnsinnig schlaue Idee gekommen. Und zwar habe ich wieder italienische Serien und Filme geschaut, aber mit Untertiteln. So habe ich versucht, ein bisschen ein Gefühl für die Sprache zu bekommen. Ich kann nicht sagen, wie effektiv das wirklich war, aber ich habe mich auf jeden Fall so gefühlt, als würde es besser werden. Es war also an der Zeit, sich an die Grenzen zu wagen. Und damit meine ich die italienische Grenze. Wir sind nach Italien gefahren. Man sagt, wenn man eine Sprache wirklich gut lernen will, dann soll man sich dahin begeben, wo einem einfach nichts anderes mehr übrig bleibt, als diese Sprache zu sprechen. Und oh man, das haben wir getan. Wir sind nach Triest gereist. Das liegt zwar nicht allzu tief in Italien, das ändert jedoch nichts an der italienischen Kultur oder an dem Charme oder an dem Flair dort. Das war das italienischste, was ich jemals experienced habe. Ich war zwar als Kind schon ein paar Mal in Italien, aber das war wirklich so krass italienisch wie in den Filmen. Ich fühlte mich also wirklich wie zu Hause. Was mich hier vor allem wirklich verwundert hat, war, dass so ziemlich niemand Englisch gesprochen hat. Von allen Menschen dort, mit denen wir gesprochen hatten, konnten nur wirklich sehr wenige sehr gebrochenes Englisch. Als wir dort ankamen, hatten wir Probleme zur Unterkunft zu kommen, aber wir hatten die Eingangstür nicht gefunden, beziehungsweise die ging nicht auf. Und wie wir dann eine Italienerin, die dort am Start war, gefragt haben, wie die denn aufging, sprach die wirklich nur Italienisch und kein Wort Englisch. Die Dame war zwar absolut hilfsbereit, jedoch war das viel zu viel für mich und ich habe fast gar nichts verstanden und das war nicht wirklich eine große Hilfe. Ich war also noch nicht so weit, dass ich fließendes Italienisch perfekt verstehe, aber das war ja zu erwarten. Jedoch kam ich gleichzeitig auch viel besser durch, als ich eigentlich erwartet hatte. Ich konnte problemlos bestellen und die grundlegenden Vokabeln waren alle in meinem Wortschatz. Ich habe eine Pizza Buratina, bitte, und Gnocchi und Gamberi, und Wasser Naturale, bitte. Was mich jedoch am meisten verwunderte, war, dass ich viel mehr verstand, als ich anfangs angenommen habe. Oft sind wir durch die Straßen gegangen und da sind in irgendeinem Café oder so gesessen und ich habe bei irgendwelchen Gesprächsthemen einfach kurze Fetzen aufgeschnappt, wo Vokabeln drin waren, die ich kannte und dann konnte ich mir so ungefähr zusammenreimen, worüber diese Menschen gerade reden oder worüber diese Konversation gerade geht. Einmal habe ich beispielsweise verstanden, dass eine Dame, die gerade hinter mir im Café saß, ihrer Freundin erzählte, dass sie gerade einen Amerikaner datete und einmal habe ich eine Frau verstanden, wie sie sich darüber beschwerte, dass der Café zu kalt sei. Mein Verständnis war also viel besser als meine Erwartungen und meine Fähigkeit, mich auszudrücken, war genauso wie meine Erwartungen. Ich konnte nach dem Weg fragen, sagen, wie ich heiße und wirklich Basic-Konversationen mit Leuten führen. Ich konnte auch Easy-Essen bestellen und alles, was man so braucht, damit man sich durchschlagen kann. Bei komplexeren Sätzen oder irgendwelchen anderen Dingen musste ich jedoch verdammt lange überlegen und das war halt nicht so fließend. Aber es hat funktioniert. Was meine Aussprache betrifft, die war katastrophal. Also dort hat mir sicherlich niemand abgenommen, dass ich gerade kein Tourist bin, der diese Sprache länger als sieben Tage lernt. Aber trotzdem fühlte ich mich nicht nackt. Ich war nur mit ein paar Tagen Erfahrung eigentlich selbstbewusst dort unterwegs. Aber hey, sieben Tage sind natürlich nicht lange und dafür war ich wirklich zufrieden mit meinem Fortschritt. Neue Sprachen zu lernen und neue Kulturen zu erforschen ist halt wirklich eins der coolsten Dinge, die man meiner Meinung nach machen kann. Und wenn es irgendetwas gibt, was den Horizont erweitert, dann ist das genau das. Und hey, bevor ich das nächste Mal in ein fremdes Land reise, dann nehme ich mir mehr Zeit, um die Sprache zu lernen und dann kann ich mich vielleicht auch fließend darüber beschweren, dass der Kaffee nicht warm genug ist. Grazie per la visione e iscrivatevi al Kanal.